Hi Leute, heute geht es um deine Topform und wie du dein perfektes optimales Gewicht erreichst. In dem Video geht es um Parasit. Ein Schritt aus Angst ist immer nur ein halber Schritt, ein zögerlicher Schritt. In dem Video heute wollte ich über Impfungen sprechen. Hi Leute, heute geht es um das Recht Kinder zu bekommen. Fünf Jahre langt nur Verschwörungstheorie. Heute geht es um Präparate, um Nahrungsergänzungsmittel. Heute geht es mal um eine Periode. Genau, um ein Frauenthema und darum habe ich mir die Marielle dazu geholt. Heute geht es um die verschiedenen Entgiftungssymptome, was auf dich zukommt und ich möchte hier in dem Video wirklich mal Klartext reden, dir ein paar Infos an die Hand geben, wo du welche Hilfen bekommst und was das genau bedeutet. Wann, wie, wie viel, wie lange und so weiter.